Erstmal muss ich plündern. Rain's Büro-Schlüssel gefunden. Boah! Ich bin... ...der Handwerker. Geil. Erstmal muss ich plündern. Wenn ich schon die ganze Ratze wieder rennen muss... ...dann will ich auch das alles haben. Alter, so viel Sachen... ...das ist nicht normal. Oh, das ist nur ein Apfel. Bist du ein Händler? Nein. Bist du einer? Ach, du bist es. Rain's Büro-Schlüssel gefunden. Boah! Einfach nur die Clown. Einigstens haben die eine gescheite Anlegestell. Wir haben Kells Nachricht erhalten. Ich bring euch hin, sobald ihr bereit seid. Bereit. Perfekt. Also das war's. Ich bin bereit. Und du bist bereit? Lassen wir uns nicht entgehen. Aber wir haben nur das eine Exemplar. Also kombinieren wir ganz einfach. Kombinieren? Wir waren immer zusammen. Wir lassen dich sicher nicht alleine vorziehen. Aber hier drin werden... Da ist genug Platz für uns alle. Ein gemeinsames Bewusstsein. Oh! Das schaltet dir nicht, Kel. Du warst immer viel zu ernst. Seid ihr sicher, dass ihr... Das ist irreversibel? Denkst du, wir haben uns nicht abgesprochen? Du bist nicht der Einzige, der den Kriegern der Sonnenwölfe, wenn dir helfen will. Und was, wenn du jetzt alleine hin kommst? Oh! Okay, Primärfunktion aktiviert. Es ist Zeit! Also wenn's zu grober dann... Dann kennen uns wenigstens aus ihrer Bugli raus. Also für sie ist's nicht einmal so übel. Wir schaffen das! Seid mutig gemeinsam! Was habt ihr angestellt? Was habt ihr angestellt? Kel? Sie bauen noch einen Katalysator? Sie bauen noch einen Katalysator? Kle? Du kannst meinst ... Hey! Ein Wenig Hilfe, bitte! Wo ist doch neu... ...das weg also! Was ist denn hier seit wie einem Partner hat? Hey, tut das nicht. Erwischt. Ich sehe keinen Öffner. Oh, ist das der große Kerl? Schlag auf die Kapsel fest. Wow. Schon besser. Die Sicht funktioniert einwandfrei. Der Geruch auch. Tut mir leid. Ha, ha, ha. Kel? Äh, ja? Du bist also Kel? Nun, teilweise. Teilweise. Das könnte ein Problem werden. Wir sollten uns vereinigen. Neuer Name. Einzelner Name. Einzelner Sprecher. Kel sollte führen. Ja. Nun. Oh, ich weiß es. Kel. Ja. Einverstanden. Okay, Zeit für unseren großen Auftritt. Vergiss die Pose am Ende nicht. Ja genau, du musst die Sache machen. Ich weiß, ich weiß. Ähm. Was ist noch? Lange haben wir geschuftet, um Handwerk und Kunst zu perfektionieren. Taglose Tage führten uns an diesem Punkt um. Und konnten wir uns, uns an Bord unserer eigenen Kreation, aus diesem Zeitgefängnis befreien. Vereint werden wir weiterleben. Und, wenn wir werden, unsere Kreation soll dem Wohl der Leute dienen. Und dem Bösen in den Hintern treten. Ich bin die Vergeltung. Der ultimative Ingenieur. Die Inkarnation eines Genies. Ich bin... Der Handwerker. Geil. Moment, ihr seid also alle da drin? Findet ihr ja jetzt nicht so geil. Das war so cool. Psst, lass Kel das Reden übernehmen. Langenlöbiger Handwerker. Angenehm, Handwerker. Ein sehr guter Name. Danke euch allen. Hey, also, wir dachten, ihr könntet ein paar Pläne für uns durchsehen. Und eins führt ihr zum anderen und es ergab sich ein Weg in die Freiheit. Das nutzen wir. Ich... Außerdem muss ich selbst mitkommen. Die Aufgabe ist viel zu komplex für euch Typen. Nichts für ungut. Ich bin in naher Zukunft nicht kampftauglich. Aber ich kann die Himmelsbasis hacken. Bringt mich hin, dann halte ich euch die Wolken fern. Danke, Handy. Handy. Wir haben schon einen Spitznamen. Dieses neue Leben ist klasse. Hey, still. Oh, tut mir leid. Okay, dann übernehme ich die Beine. Ich nehme die Kamera. Hey, wir sollten gehen, bevor es peinlich wird. Stimmt. Tut mir leid. Bitte geht voran. Handwerker hat sich die Gruppe angeschlossen. Ich habe die Gruppe angeschlossen, weil es mir nicht so gut ist. Tome Der Dieter hat mich wieder verarschen. Weiter und rauf. So, Serp. Repine, nicht Serpentine. Das ist was anderes. Wo war jetzt die Kugel wieder? Ähm, äh. Verweichert erstmal. Aber Gold findet man echt nicht voll. Gefunden. Himmelbasis. War das richtig? Könnte sein? Ich mach ihn nochmal da. Ganz vergessen, dass der Auerne ist. Boah. Schaut ja schön aus. So, jetzt hack mal. Verstehe. Wie wäre es, wenn wir dieses Paket fälschen? Guter Gedanke, Spike. Und jetzt hier. Zu leicht. Das kann es nicht gewesen sein. Versuch mal eine Tür zu bedienen, dann wissen wir's. Oh, noch eine Sicherheitsebene. Pff. Es braucht mehr, um uns aufzuhalten. Eigentlich hätte der Informatiker heißen meinen. Oder Hacker. Was ist mit dieser Sperre hier? Windräum. Zugangsdaten entschlüsselt. Klar. Klare Fälschungen. Hey, seht euch das an. Oh ja, eine kleine, klare Schwachstelle. Einfaches Marschalling und... Maschallah, was geht ab? Drinnen. Jetzt den Wolkenerzeuger deaktivieren. Hey, lassen wir es über den Flashmaker Schloss regnen. Wo wir schon dabei sind. Oh, das ruiniert ihm den Tag. Es wird eine Weile dauern, bis sie ganz weg sind. Sorgen wir dafür, dass die erste Sonnenstrahl durchkommt. Und fertig. Gute Arbeit, Leute. Ja! Ich hätte mir nicht einfach Bomben verdauen können. Was passiert jetzt? Ich fühle meine Macht anschwellen. Geschafft Handwerker. Ich bin der Beste. Hey, los, mach den Dings. Oh, genau, ja, geschafft, endlich eine Gelegenheit. Vielen Dank, Handy. Hey, keine Ursache, es war das Richtige und es hat uns aus unserem Gefängnis geholt. Gut gesagt und gut gemacht. Ich fühle mich stark genug, um den Eremiten der Schmerz zu bekämpfen. Was ist mit dir, Sail? Oh ja, Zeit für eine Läuterung. Sei verstecklich beim Mond, wir können hinsegeln und abtauchen. Hinsegeln und abtauchen. Da ist wieder Rapine. Wahrscheinlich. Blum. Bin zu geil. So, auf zum Mond. Was für eine Reise. Du, 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 und die Fabrik. Und wieder runter. Oh, du, 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 du� Wellness. Fahm. Es ist der Mond. Ziemlich dunkel. Unendlicher Abgrund.